So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir haben in der letzten Folge hier aufgehört und wollen uns in dieser Folge die Bänder mal anhören. Du kennst die Koordinaten bereits. Wenn uns jemand hören kann, dann ist die Crew des Besatzungs-Shuttles Normandie. Wir haben etwas Wasser essen und einen coolen Käpt'n, der sogar strahlensicher ist. Unser Shuttle ist etwas beschädigt, aber der Käpt'n versucht ihn zu reparieren. Wenn sie uns hören können und gerettet werden wollen, warten wir auf sie in folgenden Koordinaten. Du kennst die Dings bereits. Okay. Na dann. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Wir kennen die Koordinaten bereits. Ja, das ist okay. Dann, ja. Ist es da? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich jetzt mehr erwartet. Na dann. Wenn es, ja, weit, ja, na, 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 okay. War jetzt nicht so spektakulär, wie ich, wie ich erwartet hatte. Aber wir haben ja ein bisschen Elektronikteile gesammelt in der letzten Folge. Also doch ein bisschen lohnenswert war es doch gewesen. Das heißt, ich düse jetzt erstmal zurück. Und wir wollen dann, lass mich überlegen, was wollten wir? Repariere die Waffe, gelange in das Militärmodul und erkunde das, ja, die Trümmer des Raumschiffes ist neu hinzugekommen, glaube ich, ne? Dass wir mal ein bisschen in uns umschauen. Was wir bei den anderen Sachen machen müssen. Weil Base ausbauen können wir machen, ja. Bringt das aber aktuell noch nicht so viel, weil wir, ja, uns noch ein paar Module fehlen. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen weiter erforschen alles. Deswegen düse ich mal eben schnell zurück. Hui! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. So. Ah ja, ich wollte hier mal geguckt haben, ob man hier irgendwie einen Außeneingang dran bauen kann. So einen Seiteneingang, ob das irgendwie geht. Aber da müssen wir erstmal nochmal gucken, was wir dafür brauchen, für die Module und so. Dass wir nicht immer hier oben reinhüpfen müssen. Dass man irgendwie durch den Korridor vielleicht rauskommt oder so. Da können wir mal eben gucken, was brauchen wir denn dafür? Ach ja, wir wollten schauen wegen dem... Hier, diese Transportplattform. Ein Induktor, zweimal Aluminium und ein Kompensator. Aber das können wir nur an der Transportdingens bauen. Hier an so einem Transportmodul. Hm. Bin ich mal sehr gespannt. Shuttle-Luftschleuse ist fürs Shuttle. Und das ist ja eine normale Luftschleuse. Und das ist eine kleine Luftschleuse. Aluminium zweimal Titan. Pass auf. Aluminium und zweimal Titan. 1, 2. Wenn ich jetzt hier baue... Ist das welche Seite ist das? Mal eben schnell gucken. Ne, die Seite hier. Wenn ich die baue... Kann ich die hier... Die kann ich hier nicht andocken, ne? Da kann ich sie andocken. An der Seite. Aber hier am Korridor nicht. Hier könnte ich es machen. Das heißt, theoretischerweise könnte ich auch hier eine Luftschleuse bauen. Aber hier am Korridor nicht. Pass auf. Dann würde ich sagen, mache ich doch einfach mal hier eine hin. Kann ich jetzt hier einfach rausspazieren, oder was? Ja, wie großartig ist das denn bitte? Dann brauchen wir eigentlich die da oben nämlich gar nicht mehr. Dann kann ich die eigentlich abreißen. Theoretischerweise. Zerlegen. Weil dann haben wir nämlich hier den Eingang. Weil mir ging das nämlich schon tierisch auf den Sender da immer da oben. Jetzt können wir nämlich hier schön gemütlich. Hui. Und sind direkt an unserer Base. Nice. Feiere ich ein bisschen. Feiertieren. Sehr schön. So. Wir haben Elektronikteile. Bisschen Titan können wir vielleicht den nächsten auch mal wieder sammeln. Wir haben nicht mehr so viel. Harz auch nicht. Wir brauchen nämlich Harz für Treibstoff. Stoff hatten wir hier. Beedeltes Metall hatten wir auch hier. Plastik hatten wir hier drüben. Und Elektronikteile packen wir mal hier hin. Und Aluminium packen wir mal hier hin. Genau. So. Ähm. Was brauchen wir denn nochmal für tanken? Harz auf jeden Fall. Harz aber herzlich. Nee, Objekte war es, oder? Nee, Moment. Ressourcen zusammengesetzt. Nein. Da ist es. Zweimal Metall, zweimal Harz. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay. Dann machen wir nochmal eben Treibstoff. Weil wir ja auch ein wenig unser Fahrzeug betanken müssen zwischendurch. Deswegen würde ich das jetzt einmal eben schnell machen. Dann haben wir das. Und dann würde ich sagen, düsen wir quasi mal zum... Jetzt wollte ich hier oben raus, aber ist ja nicht mehr. Ähm. Düsen wir doch einfach mal zu den Orten, wo wir noch was zu tun haben, um zu gucken, was da Phase ist. Achso, Moment. Auffüllen, ne? Juh. 84 von 100. Das muss ja erstmal reichen. Ich glaube, da haben wir was Neues. Da waren wir noch nicht. Da würde ich jetzt einmal hinfahren. Da war das, glaube ich, mit dem... Mit dem, äh, Militärmodul. Und da meine ich, glaube ich, ist das mit den... Mit der Waffe reparieren. Aber was ist denn da? Ist das neu hinzugekommen, das? Weil das war doch... Das war doch beim letzten Mal nicht, oder? Da würde ich jetzt einmal hinreisen. So. Lalalalalalalala. Ach, wie schön. Ah, mit eigener Musik ist das auch viel besser. Das ist ein bisschen... So. Weil das... Wüsste ich jetzt nicht, dass wir das kennen. Ich tanke jetzt erstmal hier ein bisschen Sauerstoff. So. Haben wir die Schere noch bei uns? Weil ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier... Nein, haben wir nicht Eier. Die war ja kaputt, ne? Genau. Dann hätte ich jetzt hier den Stoff nochmal mitgenommen. Der jetzt hier noch übrig ist. So, voll. Gut. Dann gucken wir mal, was uns da hinten erwartet. Die Frage ist, wo kriegen wir ein Lagersystem her? Haben wir nicht den Sinn, dass da hinten ein Auftrag war? Oder eine Aufgabe? Das wäre mir neu. Wahrscheinlich, wenn wir diesen Elektronikanzug haben. Wahrscheinlich ist der deswegen gekommen. Okay. Das sieht aus wie der Sternenzerstörer da drüben. Ach, wir waren da schon mal. Aber wir haben da... Ist das nicht da, wo das Loch ist? Wo da stand irgendwie... Wir brauchen eine große Tür oder so. Was leuchtet denn da? Da ist auch irgendwas. Okay, aber erstmal hier. Was? Nein, hier waren wir noch nie. Kann ich das einsammeln? Du musst den Kern erst neutralisieren, okay. Aber jetzt ist es leicht, die Präsentung der elektromagnetischen Anomalien zu erklären. Bei der Weise, ich würde nicht empfehlen, den aktiven Korn aufzunehmen. Es ist wahrscheinlich nicht so, dass die Korn aufzunehmen. Es ist mir ein bisschen, dass die Korn aufzunehmen. Es ist mir ein bisschen, dass die Korn aufzunehmen, die über 50 Jahre verwendet wurden. Ja, juhu. Eine neue Station. Ein einfacher Ersatz für den Hocker. So. Was haben wir denn hier? Oh, Kraftstoff. Liegt hier einfach rum. Ist das eine Dingsstation? Ja, ne? Wie geil, einfach Pakete hier rumliegen. Oh Gott, wo geht's denn da hin? Äh, ja. Ah, hier kommen wir gar nicht lang. Wie cool. Mit dem Erkunden jetzt wieder. Ich mag das so zwischendurch halt. So dieses... Manchmal lasse ich so einen Erkunden. Manchmal lasse halt... Ja, es sieht nicht aus, als wäre das ein Fisch. Aber wir können ja scannen. Wir haben ja... Wir haben ja Scanner dabei. Warum nicht? Ist nur Deko. Blaupause. Da könnte man runter, wenn es offen wäre. Wir haben noch ein bisschen Platz im Inventar. Komm, da nehmen wir noch ein bisschen was mit. Mülleimer. Juhu. Ähm. Hä, warte mal. Wo mussten wir denn jetzt hin? Habe ich mich jetzt ver... Habe ich mich jetzt verfranst? Ach, nach oben. Ach so. Wohnmodul. Großes Wohnmodul, Blaupause. Oha. Oha. Gut, Dekoration ist klar. Wir haben jetzt Aquarium und Mülleimer bekommen. Aber das sind alles nur Dekosachen. Alles gucken, was wir hier untersuchen können. Nahrung gibt es hier noch. Wir müssen aufpassen wegen Inventar. Gibt es hier kein Lagersystem, was ich hier mal scannen kann? Oh, eine Mikrowelle. Oh, geil. Obwohl hier keine Schwerkraft gibt, gibt es hier auf jeden Fall Sauerstoff. Und die Anlage scheint nicht klein zu sein hier. Ähm. Kann nichts machen. Ah, jetzt laufe ich. Ach so. Holy shit. Frank, bist du's? Ach so, Hackenschiere. Ich wollte schon sagen. Ah, ich will nicht so viel mitnehmen. Was ist das denn? I. Das ist aber nicht das, was ich denke, oder? Oh, der hat aber lange ausgehalten hier. Gibt es auf jeden Fall jede Menge Stoff und so. Wenn wir Stoff brauchen. Wie riesig das einfach hier ist. Oh, hier kann ich nicht so ein Spintier einfach scannen und dann haben wir ein Lager. Okay. Nice. Ein handlichen Schaber. Mist, ich muss ein bisschen was droppen. Davon haben wir genug. Neue Aufgabe. Studiere das Handbuch. Was? BriefEdge. Experimentelle individuelle Technologie in der globalen BriefEdge-Bestattungen für 2043. Vorrichtung zur was? Beseitigung von Reizungen im... Warte mal. Das ist aber jetzt keine Space-Musik hier. Sowas brauche ich hier. Okay. Bestattungsagentur suchen nach einem langen Lösung für ein wichtiges Problem der Menschheit. Was ist, wenn ein Besucher einer Beerdigung im Weltraum den wichtigsten Moment der Zeremonie überträglichen Juckreiz im Gesicht bekommt? Was? Die Antwort war nicht so einfach. Wie es auf den ersten Blick scheint, aber mit der gemeinsamen Arbeit unserer Spezialisten wurden sie schließlich gefunden. Untersuchen. Blaupause. Ach, ich kann es auch nochmal lesen. Das Gerät ist mit einer revolutionären synthetischen Hightech-Flaubürste ausgestattet. Der Flaum wird auf den Nabel vom synthetischen Eichhörnchen rasiert und ist zu 99,9% mit Naturfell identisch. Mit dem innovativen Teleskophalter kann sich die Bürste über eine gesamte Fläche bewegen und rund 360 Grad drehen. ISR 1 Schützer ne Schutzerhöhung Strahler 53 Chip Um das erweiterte Schutzprotokoll zu aktivieren befolgen Sie Anweisung Drücken Sie ESC um das Menü zu verlassen. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Einstellungen Was? Das ist echt das Menü? Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Spiel Ja finden Sie finden Sie Strahlung senken Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Pfeil um das Wort Deaktivieren in Aktivieren zu ändern und übernehmen Sie die ausgewählte Einstellung Was? 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 Moment There's Some undeclared functions of several Breath Edge agency inventions here Please note section ISR 1 Protection Increase Rad R53 Chip It's about the first space suit prototypes I have the same chip installed in me Try to follow these steps Protection Increase Protocol Wie gut ist das denn bitte Wie gut ist das denn bitte Alter Alter Wie schön Wie schön Oh ich mag den Humor Alter wie gut ist das denn bitte Ich kann nicht mehr Das war eine Aufgabe Oh Wie schön Oh Schön Oh Großartig Alter Oh Gott Oh Gott Oh Gott Alter Wie großartig Schon lange nicht mehr so herzhaft gelacht Alter Oh Wie großartig Vier von sechs noch zweimal Strahlung senken Dann haben wir es Oh Wie gut das einfach war Ah Schön Reparier die Waffe und gelang ins Militärmodul Okay Alles klar Alter Wie schön Okay Will ich nochmal hier Inventar voll Was wäre Wo Achso Okay Alter Wie schön Scam Rahmen Scannen Okay Blaupause Rahmen Okay Ah Wie schön Großartig So Hier haben wir noch Die Gründer Ja So sehen die auch aus Ein einzigartiges Foto der beiden Gründer von Briefage Agentur für Global Bestattung In den Zeitungen war meist nur der Leiter der Agentur erwähnt Was jedoch immer im Mittelpunkt vom Briefage stand waren seine verrückten Ideen kombiniert mit der grundlegenden Arbeiten des Projektingenieurs der Weltraumbegräbnisse in einer technischen komplexen Realität verkörperte Ach wie schön Nutzloser Gegenstand Du könntest einen ähnlichen machen Ja stimmt So wo kommen wir hier hin Oh Was Was Okay Aber ich glaube hier ist nichts mehr ne Okay Aber wir können diese elektronischen Dinger nicht mitnehmen ne Alter wie großartig das einfach war Wie gut einfach Schönes mit der Einstellung Da können wir noch was scannen in 72 Meter Das machen wir nochmal Weil ich will ja unser Moped wieder mitnehmen Und Ja Ah wie schön Ich habe schon so lange nicht mehr so herzhaft gelacht Wie großartig einfach Ja dann haben wir das auch Dann haben wir noch zwei Aufgaben Oh mein Gott Wir kommen immer weiter voran Großartig Sehr schön So Das heißt wir können uns demnächst wieder in den anderen Anzug anziehen Wollen wir noch nicht vergessen So wo war das jetzt mit dem Scannen Hier Was können wir denn hier scannen Was ist das Osmane Was ist denn Osmane Dekoration Boden Osmane Einfach Sitz Lol Schön dass wir darüber gesprochen haben Was haben wir hier noch Gegenstände Achso Druckerei Fotos Achso ok Was wir schon alles gefunden haben Ist Na gut ok 80 Meter aber hier vorne ist auch noch irgendwas zum Scannen Warte mal Haben wir da irgendwas vergessen Aber wenn dann würde ich schon alles mitnehmen Nicht dass wir hier wieder 1000 Symbole auf dem Bildschirm haben Was kommt mit denn da scannen Das Bild Ein kleiner Schrank Naja gut ok Das war es dann jetzt aber auch hier ok Alles klar So dann Ein detaillierter Plan über das Wohnmodul Ja das haben wir ja gescannt ne Genau Das ist ja das große Wohnmodul So Ja die Dinger können wir noch nicht einsammeln weil wir noch was hat er gesagt wir müssen den Kern runterfahren ne Genau du musst erst den Kern neutralisieren Ich weiß nicht wo der Kern ist werden wir bestimmt noch rausfinden Gut haben wir das auch Nice Aber wie schön Oh Traum Ein Traum Großartig Mega gut Mega 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 gut Ich feier das Sehr schön So Dann können wir ja den nächsten da oben hinreisen zu den anderen Sachen Also einmal da und einmal dahin So Jetzt erstmal was essen und was trinken gleich wenn wir zu Hause sind Bisschen Ressourcen Farming müssen wir auch wieder betreiben damit wir Ressourcen ein bisschen zur Verfügung haben Mann verdammt immer noch kein immer noch kein Modul gefunden für ja fürs Lager Mist Ich hätte gerne noch so ein Lagermodul So Hier tanken wir jetzt erstmal Sauerstoff wieder auf Aber man kann sagen was man will Musik macht einen Großteil einer Atmosphäre des Spiels aus Das kann man mir erzählen was man will Klar ist die Radiomusik lustig die wir hier zwischendurch gehört haben Aber ich muss sagen die aktuelle Musik die ich jetzt hier so ein bisschen nebenbei spielen lasse seit weiß gar nicht ich glaube seit dieser Folge oder seit vorletzten Folge macht das schon ein bisschen anders so ein bisschen gar nicht dramatischer aber sehr atmosphärischer finde ich Gibt es dieses Wort atmosphärischer? Ich glaube ja Ja mit dem Anzug frieren wir ich weiß Aber ist nicht schlimm Den anderen werde ich jetzt gleich noch anziehen Können wir das noch machen Ah wie großartig Gehe ins Menü auf Spiel Einstellungen Spiel und stelle die Strahlung auf aktiv die Strahlung senken auf aktiviert Oh wie schön Da ist aber auch wahrscheinlich keiner so drauf Ich frage mich ob von Anfang an des Spiels die Einstellung da war Das frage ich mich halt tatsächlich Ob diese Einstellung ob die ob die Funktion der Einstellung schon von Anfang an da war Also von Anfang des Spiels Das frage ich mich Wahrscheinlich war es da gewesen aber es hatte keine Funktion wahrscheinlich Aber wie schön es einfach war Großartig So Gut Verlassen wir mal unser Moppet Da sind wir daheim Ah schön wieder zu Hause zu sein Aber ich frage mich was kosten uns eigentlich Fenster Wir können mal eben was trinken So Lassen wir was essen Schmeißen wir wieder hin So sehr schön Können wir gleich mal gucken was uns Fenster kosten und so Ja So langsam brechen die Framerates hier ein Warte mal wo war denn Kabel hier Stoff war hier drüben Kann sein dass die Frames hier so ein bisschen einbrechen wegen ob wir die ganze Ressourcen hier draußen liegen haben Wahrscheinlich Nachtanken können wir Hartz hatten wir glaube ich hier geparkt So ein Medipack packe ich mal hier So Gut das sieht doch schon mal wenigstens wieder ein bisschen sortierter aus Tanken können wir gleich Ja Ich wollte gucken wegen dem Fenster Hier ist jetzt nicht so interessant was ich jetzt Ah Bestechungsgeld Farbe und Gummi Haben wir noch Farbe? Haben wir nicht mehr ne? Mist Wir brauchen Farbe Wir brauchen das Bestechungsgeld für den Typen um in das Militärmodul zu gelangen Oh Doch Farbe haben wir Und Gummi haben wir auch Brauchen wir es zweimal? Viermal Farbe Viermal Gummi Viermal Gummi Viermal Farbe Mist Wir haben nur dreimal Farbe Nein Das heißt wir brauchen noch Farbe Verdammt Und wir wollten noch einen Greifer bauen Den bauen wir mal eben Dazu brauchen wir eine Batterie Das weiß ich noch Ah Wir wollen so viel noch machen Kabel Aluminium Fädeltes Metall Kabel Aluminium Aluminium Fädeltes Metall Haben wir Und Batterie Greifer Das heißt ich würde noch Eben schon das Gummi Hier wegschmeißen Die Farbe Wieder hier droppen Dann müssen wir nicht auf Doofe Gedanken kommen Und einmal würde ich jetzt Schnell schauen Was wir brauchen Bei Blöcke War das hier Fenster Aber das ist glaube ich Ist das für jedes? Zweimal Gummi Zweimal Glas Zweimal Titan Zweimal Titan Zweimal Glas Ah Greifer Moment Und zweimal Was war das? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen Ich um mein Gedächtnis Wie eine Weißbrotscheibe Ne? Titan Man ich habe gerade drauf geguckt Und sie es nicht Und Gummi zweimal So Und jetzt kann ich hier Fensterscheibe bauen Oder was? Die Frage ist Wo baue ich die Fensterscheibe? Kann ich hier gar nicht bauen? Weil warum? Hier kann ich sie bauen Ah das funktioniert nur Ach so Okay Wo ist denn der Ausblick schöner? Hier finde ich nicht Machen wir hier hin Ah wie schön Aber kann man jetzt hier mal Ein bisschen raus gucken Dann ist das nicht ganz so trist Ne? Ich hätte zwar gerne hier Fenster gehabt Aber anscheinend geht das noch nicht Vielleicht kriegen wir hier für Für dieses Modul auch noch Fenster Müssen wir mal gucken Mit dem Wohnmodul Und mit diesen anderen Modulen Da blicke ich noch nicht so ganz durch Weil hier haben wir irgendwie Shuttle Modul Oder Transport Modul Dann haben wir ein Service Modul Und dann haben wir diese Wohnmodule Ich bin mir noch nicht ganz sicher Wohnmodule schätze ich mal Dass man da halt so Ja Zum Wohnen Shuttle für Fahrzeuge Und hier Service halt wahrscheinlich Für Sauerstoff Und den ganzen Krempel Ähm Gut Was wollte ich gesagt haben Ich tank nochmal eben schnell auf Unser Fahrzeug Aufgedankt 100% Juhu Dann würde ich sagen Dann würde ich sagen Mit diesem Rauschen Im Hintergrund Ja Hören und sehen wir uns In einer weiteren Folge Refetch Und ihr seid dann auch wieder mit dabei Also bis dann Tschüss Bis dann Bis dann Bis dann